Es war schon wirklich sehr, sehr heiß, sehr schwül, aber ich denke, dass wir gut damit zurechtgekommen sind. Ich denke, dass wir ein gutes Spiel geliefert haben, dass wir über Strecken in den 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Es ist sehr, sehr lange 1-0 gestanden und hatten, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, das 2-0 zu schießen. Und wenn man es 2-0 nicht macht, dann ist es oft im Fußball so, dass man dann hinten eins kriegt. Ich glaube, es war ein sehr guter Test. Viele Sachen, die gut geklappt haben, einige, die auch nicht so gut geklappt haben natürlich. Ich glaube, bis zur 60., maximal 70. kann man es natürlich richtig bewerten. Dann ist schon nochmal auch irgendwo ein kleiner Bruch ins Spiel bekommen durch die vielen Auswechslungen. Aber wir haben viel gut gemacht und haben wieder gesehen, dass wir einfach nach vorne unheimlich viel investieren, dass wir da gute Laufwege anbieten, dass wir da auch sehr torgefährlich sind. Nach dem Spiel können wir sehen, wie weit wir sind nach diesen zwei Wochen, wo wir stehen. Und ich denke, wie ich schon erwähnt habe, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, viele Chancen herausgearbeitet haben. Aber die Chancen müssen wir auch nutzen, dann gehen wir auch als Sieger vom Platz. Ich spiele diese Spiele sowieso sehr gerne. Ich freue mich auch auf die drei, die jetzt noch kommen hier auf der Tour. Danach haben wir auch noch ein paar Hochkaräter in der Vorbereitung, dann den Supercup. Also wir werden richtig gefordert die nächsten Wochen und ich glaube, dass uns das gut tun wird. Die Fans hier sind wirklich Wahnsinn. Es ist schön zu sehen, wie die Unterstützung hier in China einfach ist. Und das versuchen wir natürlich dann auch so zurückzugeben.